Gute Grafik braucht ihre Leistung oder vielleicht auch nicht, weil es da den ein oder anderen Trick gibt, den versuchen wir heute zu verstehen zusammen mit Nvidia hier im Talk. Ja hallo liebe Leute da draußen, ich sitze hier und ihr kennt mich, ich bin großer Grafik-Enthusiast, interessiere mich für Technik im Allgemeinen, aber nicht nur für Grafik und Co, sondern auch für die aktuellen KI-Entwicklungen. Und ja, wen könnte man da besser konsultieren als Nvidia? Ja hi, erstmal möchte ich meinen lieben Gast, den Lars Weinhardt begrüßen. Wie geht's dir? Hallo, ja, mir geht's prima. Danke für die Einladung. Fantastisch. Ja cool, dass du hier bist, denn ja gerade passiert ja viel in der Welt. Gerade im KI-Sektor hat euer Unternehmen sich natürlich, ja, mit einem guten Plan sozusagen an die Spitze gekämpft. Vielleicht können wir mal ganz kurz den Zuschauern und Zuschauerinnen da draußen erklären, was wir hier überhaupt heute besprechen. Und zwar, ihr habt bestimmt schon mal da draußen von DLSS gehört, einer Upscaling-Technologie, die KI unterstützt, ja, eure Framerate einfach mal wie durch Zauberhand quasi verbessert. Und ja, Mivcom und Nvidia haben uns hier auch dabei unterstützt, dass wir endlich potente Hardware haben, um die ganzen aktuellen Games hier in einer Fine-Framerate mit Ultra-Einstellung, eventuell Raytracing und dem ganzen Kram überhaupt darstellen zu können. Dafür habt ihr uns wirklich einige Rechner zusammengebaut. Einen seht ihr hier schon. Und vielleicht gucken wir uns auch mal kurz an, was das bedeutet für unsere Multiplayer-Gaming-Sessions. Springen wir einmal in unsere Gaming-Area, denn da sieht man tatsächlich ganz, ganz viele der neuen Rechner unten stehen. Da seht ihr, da wird noch die nächste Sendung vorbereitet. Wir spielen später Diablo 4, was auch eine wunderbare DLSS-Unterstützung hat. Und da unten seht ihr die Maschinen, die leuchten, so schön wie solche Gaming-PCs zu leuchten haben. Aber da steckt einiges an Hardware drin. Und darüber wollen wir jetzt auch mal reden. Denn die 40er-Generation von Nvidia ist ja erschienen und bietet direkt mal ein Upgrade von DLSS. Aber um das zu verstehen, glaube ich, ist es am besten, wenn wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern da draußen erstmal klären, was ist Supersampling? Das gab es ja auch schon vorher. Und danach vielleicht, was hat die KI damit zu tun? Lars, magst du uns das ein bisschen runterbrechen? Ja, gerne. Also das Hauptproblem ist, die Grafikkarte muss Pixel berechnen. Je höher die Auflösung ist, also von meinem Display, in dem ich mein Spiel spiele, umso mehr Pixel muss ich berechnen. Und wenn die Berechnungen für die Pixel komplexer werden, zum Beispiel mit Raytracing, wenn ich pro Pixel mehr Zeit brauche, wird das Ganze langsamer. Das heißt, ich habe nur ein gewisses Budget von der Geschwindigkeit, von dem Prozessor, was der kann, pro Sekunde quasi an Bildern berechnen. Und eine Idee, die gab es an den Konsolen schon länger, ist das sogenannte Upscaling oder Supersampling. Das heißt, ich habe einen fixen Algorithmus und ich blase das Bild einfach auf. Das kennt man vom Handy, wenn ich ein Foto mache und dann zoome ich jetzt rein und mache das Ganze in groß, dann habe ich es in groß. Aber die Qualität ist meh. Also nicht toll. Das Pixel dann so auf, sieht viel verwaschen aus. Genau. Und die Grundidee, was wir machen mit AI, ist, wir wollen das smarter machen, weil das Hauptproblem bei Supersampling ist, ich habe nicht mehr Daten zur Verfügung. Das heißt, ich kann nicht aus einem Bild mit wenig Pixeln ein Bild machen mit ganz viel Pixel-Daten. Irgendwo muss die Pixel-Information herkommen. Ja, stimmt. Man kennt das jetzt mit Stable Diffusion und Photoshop, das macht das alles. Aber die haben da Zeit, das kann eine Minute rechnen, das ist völlig egal. Wir haben vielleicht zwei, drei Millisekunden und da geht das nicht. Und wir machen einen Trick mit DLSS. Einmal, wir benutzen KI, um das Bild neu zusammenzusetzen. Und der zweite Trick ist, wir benutzen vorher gerenderte Bilder. Also wenn ich jetzt sage, ich habe 60 Bilder pro Sekunde, dann zeigt er mir in einer Sekunde 60 Bilder. Und normalerweise, es wird gezeigt und es ist weg. Und wir speichern die. Die letzten zehn Bilder füttern die auch in den DLSS-AI-Algorithmus. Und dann hat DLSS quasi das aktuelle Bild in einer kleineren Auflösung gerechnet, damit es schneller ist. Dann hat es die zehn Bilder von vorher. Es weiß, was hat sich verändert in den Bildern vorher. Und nimmt all diese Pixel-Informationen, um hier ein schönes High-Resolution-Bild zusammenzubauen. Also der Trick ist über AI, es ist nicht nur gesampelt, es wird neu erstellt. Und die Pixel-Informationen, um all diese Details zu haben, kommen von vorher gerenderten Bildern. Das heißt, unterm Strich habe ich mehr Pixel-Daten, teilweise als natives Rendering. Deshalb können wir manchmal selbst in 4K so feine Strukturen wie Zäune, die ganz weit entfernt sind, schärfer darstellen als selbst im nativen Rendering. Und das geht nur über diesen AI-Ansatz, damit die muss erkennen, was hat sich verändert vom Bild zu Bild. Muss auch erkennen, was sind die Strukturen, was ist ein Sound. Also, dass es dann smart ist und entsprechend trainiert wird. Und wenn irgendwo mal ein Fehler ist, können wir das nachtrainieren und dann quasi immer ein Update dazu bringen. Ja, verstehe. Also man kann sich das quasi so vorstellen, wenn man ein Puzzle mit tausend Teilen irgendwie zusammensetzen muss, kann die KI das aber mit 500 Teilen machen. Oder man selber, nee, die GPU setzt 500 Teile ein und die KI die 500 restlichen, weil sie einfach, künstliche Intelligenz ist ja supergut im Muster erkennen, das Muster Kraft hat und sich sozusagen vorstellen kann, was müsste denn dazwischen liegen. Und da fand ich schon immer spannend, wie funktioniert das denn beim Training? Also werden da ganz viele Sachen live eingespielt? Werden da Captures irgendwie von Let's Plays oder so quasi einfach nur zum Füttern gegeben? Wie kann man sich den Trainingsprozess als Laie vielleicht ein bisschen einfach runtergebrochen vorstellen? Also wir sind jetzt bei DLSS 3. Wir haben angefangen mit DLSS 1. Also unser erster Ansatz war, wir trainieren jedes Spiel für sich. Und dann wird, also es wird immer ein quasi ein hochgesambeltes mit 16-facher 4K-Auflösung praktisch ein Ground Truth, ein superscharfes Bild berechnet. Und dann wird die AI trainiert und sagt, du sollst auf diesen Qualitätslevel kommen. Und du wirst dann mit Frames gefüttert, einmal dann in dieser super Qualität im Data Center. Und dann wird das Ganze tagelang laufen gelassen und immer weiter trainiert, dass es immer besser wird darin, um immer weiter dahin zu kommen. Was wir dann gemerkt haben, wir kommen irgendwo da nicht hinterher, jedes Spiel für sich zu trainieren. Klar, ja. Das war dann DLSS 1. Und da war das auch noch nicht mit diesen vorher gerenderten Frames, sondern das war nur an dem aktuellen Low-Res-Bild, was versucht wurde, über AI hochzubringen. Und das ist dann gescheitert einfach an der Rechenzeit, die nötig ist dafür, für das Netzwerk, um das zu ermöglichen. Ja. Und deshalb, das war dann ein bisschen blurry, ein bisschen unscharf. Und es hat funktioniert, war aber nicht ganz so der richtige Ansatz. Und mit DLSS 2 sind wir hingegangen und haben gesagt, wir machen das jetzt nicht mehr per Spiel, sondern praktisch ein AI-Netzwerk für alle Spiele, was wir weiter optimieren mit Sonderfällen. Da kann ich gleich drauf eingehen, was so Sonderfälle zum Beispiel waren. Ja. Und damit haben wir es dann geschafft, eben mit diesem Training, es wird, also jedes neue Spiel, was kommt, wird auch mit so einem Ground Truth trainiert. Der Algorithmus wird immer verbessert, einmal von der Performance her, aber auch von der Qualität her. Und damit haben wir es geschafft, mit DLSS 2 wirklich eine super Qualität hinzubekommen, dass die Leute quasi keinen Unterschied merken. Wahnsinn, ja. Und das ist ja das Schöne, dass ich das einfach einschalten kann, sage ich, ich spiele jetzt mit 40 FPS, je nachdem, was für eine Karte ich habe, oder es kommt ein Spiel raus, was meine Rechner wirklich fordert. Und ich schalte es einfach dazu und habe einfach mehr FPS. Und wenn ich es nicht mag, mache ich es halt aus. Aber es ist halt, die Möglichkeit ist halt da. Ja, das ist super. Und jetzt ist ja mit 3.0 dann aber diese Frame Generation dazu gekommen. Das heißt, es werden wirklich einfach zwischen den Frames Bilder von dieser KI generiert, die vorher ja nicht da waren. Das ist ja eben sehr zu vergleichen von der Vorstellung für mich mit MidJourney, Stable Diffusion und den anderen Bildgeneratoren, die es da jetzt für alle Leute draußen zur Verfügung gibt. Funktioniert das technisch ähnlich? Also ist das quasi auch einfach ein neuronales Netzwerk, was eben unfassbar gut ist im Muster erkennen und deswegen in der Lage ist, auf Basis von dafür, dem Spiel, das müsst ihr ja noch füttern, glaube ich. Also bei 3.0 ist es dann wieder so, das muss auf das Spiel trainiert worden sein. Verstehe ich das richtig? Jein. Weil das gibt es doch nicht automatisch jetzt einfach in jedem Spiel. Nein, weil der Entwickler muss es implementieren im Spiel. Also wir haben die SDKs. Also es ist genauso, sage ich mal, genauso einfach zu implementieren wie DLSS 2. Es ist aber so, dass natürlich dann, wenn ich ein bestehendes Spiel habe, was DLSS 2 hat, müsste der Publisher oder der Developer ein Update machen mit DLSS 3. Okay. Also wäre aber technisch, ist das kein Problem. Was wir brauchen, sind die sogenannten Motion Vektoren im Spiel. Neben den Menü-Settings, dass ich es halt auswählen kann, das muss der Developer halt einbauen. Also DLSS 3 funktioniert, also Frame Generation funktioniert so, dass wir, ich muss jetzt wieder meine Hände hernehmen. Ja. Wir, also normalerweise rendere ich Frame für Frame für Frame für Frame, also ein Frame nach dem anderen. Bei Frame Generation gehen wir jetzt hin, wir rendern den ersten Frame, wir rendern auch den zweiten Frame, aber den zeigen wir noch nicht. Okay. Den halten wir zurück. Ja. Jetzt nehmen wir das AI-Netzwerk, was füttern beide Frames, beide Bilder in das AI-Netzwerk und sagt, generiere mir davon ein Mittelframe sozusagen, von der Bewegung. Ah, okay, klar. Wir haben die Motion Vektoren im Spiel, das heißt, wir wissen, was sich da ändert und wir haben auf ADA den sogenannten OFA, den Flow Accelerator, den Optical Flow Accelerator, das ist eine Hardware Unit in der GPU im NV-Encoder, der analysiert, was ändert sich vom Frame für Frame. Das muss das AI-Netzwerk... Der kann ja vergleichen. Also von diesem Frame zu diesem Frame ist irgendwas passiert und dazwischen versuche ich einfach irgendwie noch diese Bewegung reinzuhaben. Also die AI muss wissen, was bewegt sich. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein simples habe, ich habe jetzt hier ein Glas, das bewegt sich so, dann kann ich da ganz einfach ein Mittelbild machen. Wenn ich jetzt aber ein Auto habe, so ein Auto Racer, und dann habe ich, mein Motion Vektor ist jetzt still, aber mein Schatten zum Beispiel verändert sich. Und der hat dann nicht den, obwohl der denselben Motion Vektor hat. Deshalb brauchen wir den OFA. Und das AI muss ausklügeln, welchen Bereich muss ich quasi ein Mittelbild davon machen und von welchem Bereich nicht. Und deshalb brauchen wir den OFA dazu. Aber im Prinzip generiert die AI wirklich das mittlere Bild von diesen, also quasi Frame 1.5. Also ich habe Frame 1, Frame 2 wurde angehalten, jetzt wird 1.5 gezeigt und dann wird erst 2 gezeigt und dann dasselbe nochmal. Okay. Und damit können wir die Framerate quasi verdoppeln. Mhm. Und das hat halt einen Nachteil. Der Nachteil ist Latency. Mhm. Also die Latenz erhöht sich, weil wir ja den zweiten Frame zurückhalten. Genau, ja. Und deshalb kombinieren wir Frame Generation immer mit Nvidia Reflex. Also die Reflex-Technologie reduziert ja die Latency im ganzen Grafiktreiber, also in der ganzen Schiene vom Spielberechnung bis zur Grafik, bis zur Ausgabe. Und diese Render-Pipeline. Genau, da ist die Render-Pipeline optimiert. Und wir schaffen es damit in Verbindung mit Reflex, dass wir die Latency fast verstecken können mit Frame Generation. Okay, das ist so ein Feature, das sehe ich mittlerweile auch in jedem zweiten Grafikmenü. Aber da weiß ich sehr wenig drüber und verstehe es nicht. Kriegst du es auch in das irgendwie einfach unterbrechen, wie Reflex funktioniert? Wie kann man denn einfach Zeit, die eigentlich nicht da ist, herzaubern? So fühlt es sich nämlich für mich an, wenn ich das einschalte. Ja, also das ist auch, also wie gesagt, zum Verständnis, DLSS 3 beinhaltet drei Dinge. DLSS 2 ist nur Super Resolution. DLSS 3 ist Super Resolution, Reflex und Frame Generation. Ach, Reflex ist auch unabdingbar dafür. Das ist unabdingbar. Das ist auch das Einzige, was wir forcieren bei der Anwendung. Wenn ich Frame Generation einschalte, wird immer Reflex dazugenommen. Ansonsten kann ich es mir auswählen. Ich kann auch ein Spiel mit DLSS 3, ich kann auch nur Reflex benutzen, das nativ rendern oder mit was auch immer. Und Reflex ist eigentlich, also reduziert die Render-Pipeline. Das Problem ist, wenn ich jetzt GPU-limitiert bin in einem Spiel, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Shooter spiele, einen E-Sports-Titel, der mit 250, 300 FPS läuft, dann bin ich meistens GPU-limitiert, nicht CPU-limitiert. Und das Problem ist, wenn ich an mein GPU-Limit komme, dann weiß das Spiel das nicht. Das heißt, das könnte ich, wir könnten mal so verstehen, wenn ich dich jetzt so zutexten würde und du willst irgendwann nicht mehr hinterherkommen, mit dem Verstehen würde sagen, Moment, dann kommst du nicht mehr hinterher. Das heißt, da entsteht ein Lack. Und so funktioniert das auch mit den Frames. Wenn die CPU das Spiel mehr und mehr Frames generiert, aber die GPU kommt nicht mehr hinterher, die ist bei 100 Prozent, dann verschluckt die sich. Das heißt, dann habe ich eine erhöhte Latenz. Dann erhöht sich meine Latenz hoch. Und ich kann jetzt natürlich hingehen, praktisch die Framerate limitieren, dass die CPU das Spiel mir nicht zu viel Frames schickt, dass die GPU damit zurechtkommt. Das kann ich alles verarbeiten. Das heißt, Frame kommt rein, wird gerendert, Frame kommt rein, wird gerendert. Wenn da ein Stau ist, frag ich diese Render-Cue, und da sind schon 5, 6, 7, 8 Frames drin und die GPU kommt nicht hinterher, dann geht das nicht. Und Reflex ist quasi ein Framerate-Limiter, der aber on the fly in genau der Situation funktioniert, was du jetzt gerade machst. Du hast ja in dem Spiel, du schaust jetzt in den Himmel, da hast du 200 FPS, jetzt schaust du runter, da hast du vielleicht 130, drehst dich um. Das heißt, du kannst natürlich einen Frame-Rate-Limiter machen, aber der ist immer fix. Und das ist quasi ein on the fly Frame-Rate-Limiter. Der bleibt dynamisch, wie er gebraucht wird. Genau. Der drosselt das Spiel sozusagen so, dass die GPU immer auf 99% oder 98% läuft. Verstehe. Das heißt, die GPU kommt immer hinterher. Ich habe quasi eine maximal mögliche Framerate, ohne die GPU zu überlasten. Und jeder Frame, der vom Spiel an die GPU geschickt wird, wird sofort dargestellt. Und damit können wir die Latency reduzieren. Oh, okay, okay. Und das ist, also funktioniert natürlich nur, wenn du GPU-limitiert bist. Wenn du CPU-limitiert bist, dann dreht die GPU Däumchen und kommt nicht hinterher. Aber das ist eigentlich der Trick. Wenn du so willst, ist es ein on the fly Frame-Rate-Limiter, der genau dafür sorgt, dass du immer nur 98% GPU-Auslastung hast. Und natürlich haben wir ein paar Treiber-Tricks noch, dass das möglichst schnell zur GPU kommt. Das kommt alles noch dazu. Aber dadurch können wir die Latency reduzieren. Und das ist gerade in E-Sports-Titeln dann so super wichtig. Ja, das ist super, ja. Und du brauchst dich um nichts kümmern. Aber du könntest theoretisch sagen, ich spiele immer den Level und weiß, wenn ich da meinen Frame-Rate-Limiter auf 80 oder 90 setze, komme ich auch klar. Aber dann verschenkst du dann auch wieder Leistung. Also da ist wirklich genau on the fly, gerade je nachdem, was du machst, wird dann die Latency entsprechend reduziert. Und die GPU wird nicht überfordert. Das ist halt wirklich so, sie kommt gerade immer mit. Und das ist das Schöne, funktioniert halt mit allen GPUs. Und gerade mit jetzt, also bei High-End ist es, sage ich mal, ein Luxus. Aber gerade, wenn ich so eine Mainstream-Karte habe, eine 3060, 2060 vielleicht noch, wo ich dann eh gerade im E-Sports-Shooter immer am Limit bin, kann ich dann die Latency wirklich halbieren. Und wird einfach besser, weil das ist ... Das ist super. Ja, und dann mit DLSS noch, gerade bei diesen Einsteiger-Low-End-Karten, ist es natürlich ein Segen, dass man dann einfach mehr Frames fürs gleiche Geld sozusagen hat. Die Technologie ist ja mit an Bord. Stichwort CPU-Limitierung. Auch da hilft DLSS ja, weil wenn die Auflösung geringer ist, in der das Spiel berechnet wird, dann hat ja auch die CPU im Endeffekt mehr Ruhe. Also im Endeffekt bringt bei einem schwächeren PC DLSS beiden Komponenten irgendwo was. Und na ja, bei einem richtig starken PC freut man sich aber ja auch über jeden Frame, den man noch mehr rausholen kann. Gerade im Hinblick auf die Refresh-Rates der Monitore werden ja immer höher. Gerade du hast E-Sport-Titel angesprochen. Da will man sowieso immer die maximal höchste Frame-Rate, die irgendwie möglich ist. Und dann habt ihr da auch noch eine Technologie an Bord. Und mit G-Sync wird das ja dann wiederum so synchronisiert, dass man nicht irgendeine Latenz durch vertikale Synchronisation noch erzeugt, um diese Tearing-Effekte, die die Bilderspalten irgendwie zu verhindern. Von daher, eigentlich kann man ja fast behaupten, diese drei Technologien, wenn man die alle immer einschaltet und nutzt, arbeiten die eigentlich perfekt zusammen und sorgen für das schnellste, hoch aufgelösteste und nicht zerbrochene Bild. Also das ist eben der ganze, also das ist eigentlich auch unser Ansatz. Du schaltest das ein und es funktioniert. Und es gibt natürlich dann immer die Diskussion mit, ja, warum macht NVIDIA eine Zertifizierung? Gerade bei G-Sync war ewig lange das Thema, wir haben G-Sync, wir haben die Technologie entwickelt, dass halt der Bildschirm immer genau die Refresh-Rate so setzt, wie gerade die Framerate ist, damit ich immer volle Frames habe. Und natürlich haben wir das am Anfang, wir haben es entwickelt, wir haben es auf den Markt gebracht, wir haben die Panels mitentwickelt, die Technologie in den Display-Panels, um das anzupassen. Das wurde dann natürlich irgendwann breiter, aber wir haben halt einen gewissen Qualitätsanspruch, was das Feature können soll, weil die Displays haben teilweise eine Range, also die haben da nur, manche können nur von 40 Hertz bis 60 Hertz, wo sie dann synchronisiert sind. Und dann funktioniert das über Verdopplung. Das heißt, wenn du außerhalb von diesem Range-Herzfenster von dem Monitor bist, hast du eine schlechte Experience. Und das wollen wir eben verhindern, weil wie du sagst, am Ende vom Tag, wenn alles miteinander funktioniert, sollst du eine flawless Experience haben. Und die Sachen kosten ja auch Geld, das heißt, wenn du dir das dann kaufst und das benutzt, dann soll das entsprechend funktionieren. Und wir können es halt nur garantieren, wenn wir das auch zertifizieren und sagen mit dem Panel. Okay, okay. Das heißt, zusammengefasst, da geht es um eine Garantie. Ihr arbeitet wahrscheinlich auch eng mit Herstellern zusammen, beziehungsweise schaut euch die Sachen halt, bevor sie mit der Zertifizierung rausgehen, einmal an, ob das auch wirklich alles so passt und funktioniert, wie ihr das Feature eben ja den Leuten versprecht. Genau. Also wir haben erst was mit G-Sync und G-Sync Ultimate. Das sind halt wirklich die High-End-Panels, hohe Refresh-Raten, entsprechende Beleuchtungen und später kam dann praktisch die Zertifizierung auch von Nicht-G-Sync-Displays, also die mit Adaptive-Sync. Stimmt, ich erinnere mich. Also der Standard, es gab dann die Weser, hat dann praktisch das als Standard etabliert. Also manche Leute kennen das als Free-Sync, das ist aber nur ein Marketing-Name. Der Standard ist Adaptive-Sync. Und das unterstützen wir auch. Und auch da testen wir Monitore und sagen, die sind super, die sind dann G-Sync-Compatible. Also G-Sync-Compatibel. Da funktioniert das auch on the fly im Treiber. Und es gibt dann Displays, die wir vielleicht nicht getestet haben oder die neu sind auf dem Markt. Da kann ich es auch manuell dann forcieren, dass ich dann auch diese variable Refresh-Rate in GeForce habe mit jedem Display. Aber dann, wenn dann was nicht funktioniert, dann weiß ich, was ich gemacht habe. Du musst es dann manuell aktivieren, dass du dann weißt, okay, jetzt habe ich aber hier Flickern auf dem Bildschirm. Und dann aber gut, dann weißt du, du hast es eingeschaltet, dann weißt du, wo es herkommt. Aber wie gesagt, dieses ist auch mit DLSS 3. Du kannst alles einzeln verwenden und einstellen, wenn du ein Geek bist. Kannst dir alles so machen, wie du willst. Oder du nimmst es einfach, schaltest ein und im Idealfall soll es einfach funktionieren. Ja, genau, das muss ja auch quasi für Laien, die sich gar nicht viel damit auseinandersetzen wollen, einfach nur eine bessere Erfahrung bieten. Und das scheint es durch die Einfachheit eben auch absolut zu tun. Ja, es gibt aber ja auch verschiedene, also ihr habt ja mittlerweile eine riesige Palette an Spielen, die DLSS unterstützen. Und wenn man sich aber so, wie ich, so sehr tief gern damit auseinandersetzt und da reinfuchst, dann stellt man auch fest, aber nicht bei jedem Spiel ist der prozentuale Boost der Frames exakt gleich. Also jetzt als Beispiel zum Beispiel habe ich festgestellt, bei Red Dead Redemption bringt DLSS schon was, aber jetzt nicht irgendwie 50 Frames, sondern eher so 10 bis 20. Und natürlich ist besser als nichts immer noch cool, aber da habe ich mich dann irgendwann gefragt, warum ist das bei manchen Spielen so, dass es einen Mega-Boost bietet und bei anderen einen etwas geringeren Boost? Kann man das überhaupt so einfach beantworten? Hat das irgendwie mit Training zu tun oder ... Also von 2 oder von Frame-Generation? Also DLSS 2 mit Red Dead Redemption, also ich müsste jetzt ins Spiel schauen, ob es ... Irgendwann bist du auch CPU-limitiert. Okay. Also je nachdem, was du für eine Karte verwendest. Es hängt immer davon ab, wie ... Es ist das Zusammenspielsystem CPU und GPU. Das heißt, wenn meine GPU ziemlich am Limit ist, dann kann ich durch DLSS dafür sorgen, dass durch die geringere Auflösung mit DLSS 2, dass die Performance sich entsprechend steigert. Aber ich kann dadurch in eine CPU-Limitierung kommen, wenn ich zum Beispiel eine sehr schnelle GPU habe, eine 4080 oder 4090, dann, wie gesagt, ich müsste jetzt im Spiel schauen, was da genau der Fall ist. Aber wenn die CPU nicht mehr nachkommt, hilft mir dann auch die Frame-Generation nichts. Das heißt auch, ich kann dann, selbst wenn ich jetzt eine sehr schnelle Grafikkarte mit einer kleinen CPU kombiniere, dann funktioniert das zwar technisch, aber auch da habe ich dann irgendwann das Bottleneck auf der CPU-Seite. Das heißt, das muss irgendwo ausgeglichen sein. Okay. Aber dann haben wir es ja im Endeffekt, weil, ja, Red Dead Redemption simuliert ja auch irgendwie um einen rum so viele NPCs, die ganze Natur und so. Und das wird dann am Ende wahrscheinlich auch einfach wirklich ein CPU-Bottleneck sein. Da kann man dann, selbst mit der Technologie, auch nicht komplett zaubern. Mit DLSS 3. Mit DLSS 3 dann nämlich schon, weil dann könnten noch Frames dazwischen geschoben werden. Genau, weil das ist da... Das macht es wirklich so magisch. Ja, zum Beispiel Flight Simulator ist da ein Beispiel. Ja, das sind wir auch gerade da. Genau, so CPU-limitiert. Das heißt, egal, welche GPU ich draufwerfe, ich komme nicht höher von der Frame-Rate. Aber die Frame-Generation passiert voll auf der GPU. Davon kriegt Windows nichts mit, davon kriegt das Spiel nichts mit. Oh, fantastisch, ja. Und damit können wir da einfach die Frame-Rate verdoppeln. Also in Spielen, wo ich dann CPU-limitiert bin, ist Frame-Generation genial, weil da doppel ich einfach die Frame-Rate. Und Flight Simulator ist da ein sehr prominentes Beispiel, weil es halt so CPU-limitiert ist. Und viele, auch User, dann frustriert sind, ja, ich kaufe mir eine neue GPU, mache Flight Simulator rein. Das ist genauso schnell wie vorher. Ja, ja. Das ist halt nicht schön. Ich selber spiele den Flight Simulator unheimlich gerne. Und für mich war das ein absoluter Segen, als das an den Start kam. Weil egal, wie toll deine Maschine ist, wenn du den absoluten High-End-PC zumindest bei der 30er-Serie hattest, dann kamst du, wenn du da alles hochballerst, trotzdem selten über die 60 Frames. Das war im Endeffekt immer noch ein ruckelfest in moderner Grafik. Und das hat sich mit DLS 3.0 dann plötzlich eigentlich aufgehoben. Plötzlich kann man das Ding in wunderschön super flüssig spielen. Das war natürlich der Wahnsinn. So, jetzt frage ich mich noch. Du hast schon erwähnt, die Entwicklerinnen und Entwickler, die müssen das Feature natürlich auch einbauen. Aber mir ist auch aufgefallen irgendwie, es kommen ja Patches für Spiele, aber das heißt nicht gleichbedeutend, dass die Entwicklerteams sich auch darum kümmern, dass die DLSS-Version upgedatet wird, die ja manchmal durch die größeren Trainingsdaten vielleicht tatsächlich einfach noch das Ganze verbessern und noch mehr Frames rausholen. Wie funktioniert das und warum glaubst du, dass die das nicht immer mit updaten? Also gibt's da vielleicht auch Pläne von NVIDIA, das noch mehr, die Leute zu unterstützen, die Entwickler, dass sie immer die neueste Version sofort eigentlich easy irgendwie rauspushen können? Also in unserem Interesse ist es absolut und wir pushen das, wo wir können. Wir pushen auch nach Updates mit Frame Generation, wenn das Spiel schon DLSS 2 hat. Jetzt für die Unreal Engine kommt das Plugin, das wird jetzt dann einfacher dann, weil da im Spiel ist es dann einfach. Für die Vierer gab's das ja schon für DLSS 2.0. Genau, und jetzt für Fünf. Und damit ist dann auch jedes Update wird automatisch mitgepatcht. Oh, sehr gut. Aber das Problem ist halt, dass die Publisher oder die Spielentwickler, die machen ihren Patchplan. Und das heißt, jeden Patch, jede Veränderung muss eine gewisse Zertifizierung, QA durchgehen. Okay, klar. Und viele sagen halt, die tun, sag ich jetzt mal ganz salopp, tun sich den Aufwand nicht an und sagen, ja, wir haben die und die Bugfixes, die wir fürs Spiel bringen. Und normalerweise für jeden Publisher ist so wenig Patches wie möglich, nur so viel wie nötig. Verstehe. Weil das Aufwand ist, auch technischer Aufwand. Manche Spiele sind auch so, ja, da ist jetzt nur noch ein Team, die machen nur noch Bugfixes, aber an dem Grundgerüst wird nichts mehr geändert. Und wer sich damit auskennt, weiß, es gibt die Modder, du kannst dann die DLLs reinkopieren von einem anderen Spiel, eine neuere Version. Genau, das habe ich schon gemacht. Und in der Regel funktioniert das auch. Es kann natürlich auch mal was schief gehen, dann weiß ich aber auch, was ich gemacht habe. Aber wir können das als NVIDIA nicht forcieren. Theoretisch könnten wir das, aber wir können den Publisher nicht in seinem Spiel rumfuschen. Und jetzt sagen, ja, wir pushen jetzt hier ein Update für das Spiel, der Publisher weiß nichts davon, und ich habe dann 100 Support Calls, weil irgendwie die Grafik, weil irgendein Bug plötzlich da ist, weil es keiner getestet hat. Und das heißt, wir als NVIDIA können nur mit den Publishern reden, was wir auch immer tun. Wir haben ein riesiges DevRel-Team, also Developer Relations Team, und die dazu motivieren, das zu machen. Und das hängt dann vom Spielentwickler ab. Zum Beispiel Cyberpunk gab es, praktisch jede neue Version von DLSS kommt da auch rein, weil die Entwickler das auch möchten. Die haben mit dem Overdrive, mit Frame Generation, also mit diesem Fast-Racing-Anteil, ohne Frame Generation hätten sie das gar nicht gemacht. Andere Publisher sind auch so enthusiastisch, andere sind halt so, ja, die konzentrieren sich auf das Spiel, und das andere ist, ja, das soll laufen. Also wir pushen es, das Schöne ist, die Community pusht es jetzt auch, dass die die Features wollen, und die wollen die neuen Westen. Das stimmt, das wird viel gefordert, und auch irgendwie wie in Rezensionen geschrieben, ob das cool funktioniert oder nicht. Also wir sagen wohl sofort, ja, bitte, bitte, bitte. Weil nur durch den Druck von den eigenen Kunden, von den Gamern, machen die Publisher das dann, weil sonst das Interesse dann gar nicht da ist. Und wir können natürlich reden, und sagen, ja, 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 vielleicht, wenn wir mal Zeit haben, machen wir das. Aber ist natürlich auch in unserem Interesse. Ja, klar, ja. Ja, vielen Dank für diese Antwort, denn ich glaube, das interessiert auch viele von euch da draußen, dass, naja, warum das manchmal klappt und warum manchmal nicht. Ihr seid auf jeden Fall sehr interessiert daran. Tatsächlich habe ich auch noch eine letzte, etwas kritischere Frage, für die sich, glaube ich, viele Gamer heutzutage stellen. Jetzt ist es ja so, dass euer Unternehmen, ja, ziemlich gut diesen KI-Boom, der gerade stattfindet, vorausgesehen hat. Und ihr da jetzt, ja, an führender Front seid. Man kann für Leute, die ja vielleicht nicht so tief drin sind, ja, das ungefähr so erklären, es ist gerade Goldgräberstimmung, nur Nvidia gräbt nicht nur selber nach Gold, auch, aber verkauft vor allem die Schaufeln dafür. Und das macht natürlich das Ganze, wenn ihr die ganzen H100-Cloud-Computing-Einheiten da jetzt rausschickt in die Rechenzentrum, die gerade so sehr gebraucht werden, machen sich vielleicht einige Gamer auch Sorgen, ja gut, aber wenn Nvidia damit jetzt eigentlich hauptsächlich sein Geld verdienen kann und auch Investoren durch diese Beträge happy werden, werden wir dann nicht als Gamer vielleicht irgendwann die unwichtigere Sparte und vielleicht auch vernachlässigt? Was, wie ist da die Stimmung bei euch im Hause? Wollt ihr ein Gaming festhalten? Können die Leute da irgendwie, müssen die Angst haben? Oder wie ist da der Stand? Nee, also Angst haben muss da keiner. Also unsere Architektur ist top to bottom, egal ob Data Center, es ist mehr oder weniger die gleiche GPU, es ist CUDA, zum Beispiel DLSS verwenden wir in Omniverse, in allen anderen professionellen Anwendungen, kommt aus dem Gaming-Bereich, das heißt unsere Technologien werden überall weiterverwendet. Die ganze AI-Technologie, die wir jetzt in Gaming stecken, kommt natürlich von unserem ganzen Research, was wir mit AI die ganze Zeit machen. Ich sag jetzt mal ganz grob, wobei ich bin jetzt kein Finance-Mensch und kein Aktienmensch, aber ich sag mal, generell war es so, dass grob gesehen die Hälfte von dem Umsatz, den Nvidia macht, über Gaming kommt. Und daran hat sich nichts geändert und daran, denke ich mal, wird sich auch nichts ändern, mal Schwankungen nach Corona, vor Corona mal abgesehen. Was jetzt dazu kommt, ist jetzt dieser ganze AI-Bereich, auch dieser ganze Automotive-Bereich. Wir arbeiten ja mit Mercedes, mit Aston Martin, mit Toyota, mit vielen zusammen, um praktisch diese selbstfahrenden Autos zu entwickeln, mit dem Nvidia-Drive-Computer. Und das ist alles Business, was dazukommt. Wir haben Mellanox gekauft, für Datacenter, für den Netzwerkbereich. Und ich sag mal, bisher war es 50-50, Gaming und der professionelle Bereich, oder früher. Jetzt ist es so, dass dieser professionelle Bereich massiv anwächst. Wie du gesagt hast, der AI-Boom, Datacenter. Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass der Gaming-Bereich schrumpft. Okay. Prozentual kannst du natürlich dann sagen, vorher war es 50-50, jetzt ist es dann vielleicht, utopisch gesagt, 30-70 oder 20-80. Das heißt aber nicht, dass der Gaming-Bereich von 50 um 30 Prozent geschrumpft ist. Der ist gleich geblieben. Das andere ist gewachsen. Verstehe, ja. Und das ist eigentlich, also ich sehe momentan, ehrlich gesagt, keinerlei, Unterschied zu vorher und unsere Architektur basiert ja auch auf den gleichen. Ich meine, Hopper ist halt eine eigene Architektur, ein eigenes Design mit HBM-Speicher und, aber basiert auch auf den gleichen Grundlagen und auch als Entwickler. Ich kann als Entwickler, wenn ich AI entwickle, ich kann mir eine GeForce kaufen und damit alles machen. Überhaupt kein Ding. Das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil man profitiert ja gar nicht nur für die Gaming-Grafikleistung. Ich zum Beispiel selber habe hier mit GPT-4 und so rumgespielt und es gibt aber davon ja mittlerweile auch schon lokale große Sprachmodelle, die man dann auf der hauseigenen GPU laufen lassen kann und da profitiert man natürlich auch von der dicken 40, 80 oder 90 am Ende. Deswegen glaube ich, wird das wahrscheinlich, also diese Dinger werden ja trotzdem gebraucht und für Programmierer werden jetzt vielleicht auch noch interessanter, wenn sie mit diesen Sprachmodellen rumspielen und was ich ja komplett faszinierend finde, das muss ich mal hier kurz noch am Ende reinwerfen, das habt ihr ja auch auf der letzten Präsentation gezeigt, dass ja eben auch NPCs in Spielen durch die Sprachmodelle revolutioniert werden könnten oder ganz viele Hobbymodder haben das auch schon mit GPT und Skyrim-Charakteren oder so verbunden und naja, in dem Moment ist die Antwort für mich eigentlich wieder klar, okay, es geht immer noch in Richtung Gaming, denn das befruchtet sich ja die ganze Zeit gegenseitig, also im Idealfall wird einfach der ganze Progress und dass wir immer mehr, immer schönere Spiele mit immer mehr Funktionen, mit ja eigentlich günstigerer Hardware am Ende, weil ja immer mehr auch AI übernimmt, wie man es schon bei der DLSS-Magic quasi sieht. Das ist ja unser Ansatz, wo wir sagen, Moore's Law ist tot und Moore's Law ist tot, weil du kannst, das Silicon wird nicht günstiger, die Transistoren werden nicht mehr günstiger wie früher und die Performance nur über Transistoren zu verdoppeln, geht irgendwann nicht mehr. Das heißt, du kannst nicht immer mehr Transistoren-Hardware draufwerfen, um deine Kurve zu halten. Mit DLSS oder mit AI schaffen wir das. Künftig, wir haben jetzt auch ein Paper veröffentlicht, wo wir praktisch High-Res-Texturen über AI generieren. Das heißt, wir haben einfach Texture-Packs, die relativ klein sind und wir benutzen dann AI, um dann High-Res-Texturen, die 16-fach größer sind, höher aufgelöst sind, zu generieren für die Spiele. Der Vorteil ist, ich habe nicht mehr diese riesen Downloads, weil die Downloads werden ja auch immer größer. Ich muss nicht, irgendwann brauche ich nicht, weil eine 48 Gigabyte Grafikkarte, weil das muss ich ja alles bezahlen. Na klar, der Videospeicher bleibt ja noch teuer erst mal. Genau. Wenn ich dann das einfach über AI mache, ich habe die normale Texturgröße, benutze aber AI, um hochauflösende Texturen zu generieren, eben auch über, jetzt sage ich mal, neuronale Netzwerke, die das Ganze entsprechend sehr schnell ausführen können. Wie gesagt, die Papers sind schon da und damit schaffe ich es dann, ohne dass ich jetzt so wahnsinnig viel neue Hardware oder mehr Speicher investieren muss, die Qualität hochbringe und Frame Generation das Gleiche. Also wir sparen uns, sage ich mal, ein Cyberpunk Overdrive, die GPU, mit der das spielbar ist, die gäbe es vielleicht in drei, vier Jahren normalerweise. Ja, stimmt, genau. Von der reinen Horsepower gesehen und mit Frame Generation können wir das jetzt und das ist eben der Fortschritt, den wir dann pushen und wir können halt profitieren von diesem AI-Boom und das in den Gaming-Bereich reinbringen. Wenn wir nur Gaming-Grafikkarten machen würden, hätten wir weder das noch lauen noch die Ressourcen dafür. Also das ist unser ganzes Konzept. Wir ergänzen uns in allen Bereichen eigentlich immer. Ja, absolut, genau. Das passt echt ins Gesamtkonzept des Unternehmenskurses gerade und ja, Compute Power wird einfach ein bisschen irrelevanter zumindest, weil man so viel durch AI dann im Endeffekt abfedern kann. Gut, wir machen die dedizierten Units drauf, also die Tensor-Cores und die ART-Cores. Ja, das Ding ist, wir sind leider schon, ich glaube, ich habe schon ein bisschen überzogen, ich könnte noch Stunden mit dir reden. Das ist richtig schlimm. Warum haben wir jetzt nur eine halbe Stunde? Ich würde so gern noch über die Tensor-Cores nämlich reden. Was passiert da eigentlich auf der Grafikkarte? Aber ich vermute, uns fehlt einfach die Zeit. Das ist super traurig, denn für euch soll ja heute Abend auch noch ein geiles, übrigens auch DLSS, berechnetes Programm, nämlich mit Diablo 4 hier heute Abend weitergehen. Aber eine letzte Frage nehme ich mir noch raus, wo wir gerade bei den Tensor-Cores waren. Das wird ja alles auf irgendwelchen Cloud-Computern, wird diese DLSS-KI trainiert. Dann weiß die irgendwas, jetzt einfach gesprochen, das neuronale Netzwerk existiert sozusagen. Dann gibt es irgendeine Datei, die erstaunlich klein ist, die die Grafikkarte empfängt und die wird, also irgendwas muss ja noch echtzeitmäßig diese Informationen, die dieses neuronale Netzwerk hat, interpretieren und anwenden können auf die Frames, die dort gerade in meiner heimischen GPU berechnet werden. Und das funktioniert in diesen sogenannten Tensor-Cores. Habe ich das richtig erklärt oder verstanden? Genau, also die Berechnung, also du hast bei AI, du hast den Training-Part, der geht quasi im Rechenzentrum auf den Supercomputer und du bekommst am Ende, sage ich jetzt mal, dein trainiertes Netzwerk raus. Und das gibst du dann an den Client weiter, das ist dann die GPU. Die weiß dann, das auszuführen. Die weiß dann, was sie machen soll damit. Das ist dann, deshalb man sagt, KI, die künstliche Intelligenz steckt dann eben in dem Training da drin, dass sie mit allen vorhergesehenen oder eben nur vorhergesehenen Dingen zurechtkommt. Das Problem ist, wenn da eine Situation ist, die sie nicht kennt, macht sie wahrscheinlich irgendeinen Mist. Klar, ja. Das ist mit jeder KI so, wenn das ist dann, wenn sie sagen, sie fängt an zu halluzinieren, weil sie hat die Daten nicht, also gibt sie die nächstmögliche in der Antwort und die ist dann eventuell falsch. Weil sie macht ja nichts anderes als Prediction eigentlich. Wir hatten zum Beispiel den Fall DLSS, Doom 3, Quatsch, Doom Eternal war dann Feuer, da gab es so Sparks, also so Partikel vom Feuer, so Funken. Sehr fein und einteilig. Genau. Und DLSS hat die einfach weggeneriert, weil sie sagten, das sind Artefacts. Ah, okay, ja. Und da können wir dann nachtrainieren und sagen, nee, das ist aber gut. Oh, okay. Und lass das. Oder bei Spider-Man, der Schnee, der dann ist, da musst du die AI dann wissen, das ist jetzt Neues oder das ist kein Neues, das ist jetzt Schnee, das soll so. Das ist schon wichtig, genau. Das ist schon wichtig, genau. Und das kannst du halt mit AI machen, dann trainieren. Du hast immer, sie wird nie perfekt sein, aber die Anwendung mit dem Tensor-Kurs ist halt dafür da, dass wir die Anwendung von der AI, damit wollen wir die GPU, die reine Berechnung von der Grafik, also praktisch die Rasterization, wollen wir nicht einbremsen. Da wollen wir nicht auf die CUDA-Kerne zugreifen. Könnten wir, du kannst es auch theoretisch über die CUDA-Kerne machen, dann nimmst du aber Rechenleistung weg. Deshalb haben wir für, um AI auszuführen, die Tensor-Kerne, die spezifische Units sind, die genau optimiert sind, um AI-Code, also diese Netzwerke, auszuführen. Das heißt, das benutzen wir parallel, genauso wie die Waytracing-Kurs. Dass nichts anderes irgendwie in der Pipeline aufgehalten wäre. Genau, das sind spezialisierte Transistoren, wenn du so willst, Units, die genau dafür da sind, aber die auch nur das können. Das sind dann keine General Purpose, sondern die sind dafür für die Anwendung von den AI-Netzwerken da. Genauso wie die Arctic-Kurs, die können dann halt Realtime-Raytracing, diese EVA-Trees auflösen und sehr, sehr schnell berechnen. Das kannst du auch in Software machen. Das haben wir mit Pascal ja auch gemacht. Ja, ja. Dann ist es halt super langsam und die sind halt wirklich spezialisierte Hardware, die wir halt einbauen, wo wir sagen, wir haben diese drei Kerne und wir benutzen die in parallel. Und DLSS nimmt keine Leistung weg, weil das läuft auf den Tensor-Kurs, RT läuft auf den RT-Kurs und damit können wir insgesamt eine bessere Performance bringen, ohne dass wir den runterbringen, weil jetzt gerade eine Mittelklasse-Karte ohne die Tensor-Kerne würde die wahrscheinlich völlig einbrechen dann mit DLSS und dann habe ich den Benefit nicht. Wenn das die AI zu lang braucht, dann kriege ich nicht bessere Framerate, dann kriege ich langsamere Framerate. Das funktioniert nur, wenn es schnell geht. Eben, das will man ja nicht. Deswegen super smart, dass es für alles seine kleine eigene dedizierte Unit im Prinzip gibt. Genau. Ja, die könnt ihr euch auch in euren Rechner bauen, wenn ihr euch die 40er-Serie von Nvidia mal anschaut. Wenn ihr nicht so einen dicken Geldbeutel habt, ist DLSS tatsächlich euer Freund, denn auch eine Einsteigerkarte wie irgendwie, weiß ich sie, 40, 60 oder vielleicht auch eine 30er-Serie kaufen, gut, dann kriegt ihr kein 3.0, aber DLSS 2.0 wird euch trotzdem eine Menge Framerate. Und Reflex geht runter bis Pascal oder ich glaube sogar die 900er-Serie. Oh, perfekt. Okay. Also wer es noch nicht probiert hat, einfach mal einschalten und gerade in Competitive-Shootern und jedes Spiel, was DLSS 3 hat, kommt mit Reflex. Also auch wenn ich eine alte Karte habe, kann ich es direkt verwenden. Das ist schön. Okay, Hammer. Oh Mann, ich habe noch 700 Punkte, aber die bespreche ich vielleicht mit Lars noch nach der Sendung oder wir laden dich einfach nochmal ein, denn ich kann gar nicht genug von so tiefem Technik-Talk bekommen. Vielleicht war es dem einen oder anderen da draußen schon fast zu tief, aber Leute, ihr kennt mich, ich muss da ein bisschen nachbohren, mich interessiert das einfach mega und ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall auch was gelernt und mitgenommen. Die letzte Frage, die ich Lars noch stellen muss, aber du bist schon noch ein Mensch und keine KI. Ich weiß nicht, wie weit ihr da schon seid bei NVIDIA. Naja, bin gereift bei NVIDIA, sage ich mal. Okay, du hast den Test bestanden, du hast nicht geantwortet, SNI-Language-Model, I'm not. Wer schon mal ChatGPT benutzt hat, der wird wissen, wovon ich rede. Ja, jetzt kann ich euch da draußen nur noch viel Spaß mit Diablo 4 und unserer Crew wünschen. Vielen Dank, dass ihr uns das Ganze hier zur Verfügung gestellt habt, das ist ja mega, weil, also, erzähle ich dir jetzt unter vier Augen, ich hoffe, es guckt keiner zu, aber schon seit Ewigkeiten bin ich bei meinen Chefs da am Klopfen. Das kann nicht sein, dass wir als beste Grafik als Gaming-Unternehmen eine 1080Ti haben. Tolle Karte, ich hab sie geliebt, ist aber Jahre her. Und jetzt haben wir endlich die 40er-Serie, Leute, das heißt, ihr werdet wieder genervt von mir mit rechenintensiven Spielen wie Star Citizen und Co. Oder auch irgendwelchen DLSS-Titeln. Und Flight Simulator können wir endlich mal wieder spielen. Ach, wird das toll. Egal, ihr merkt, ich komm gar nicht zum Abmoderieren, weil ich so hyped bin, dass wir endlich geile Hardware haben. Danke dir, Lars, dass du vorbeingeschaut hast. Das war schön. Ja, dann haut gerne noch ein paar Fragen oder so in die Kommentare, weil dann haben wir schon was für den nächsten Talk, denn wir werden sowas mit Sicherheit irgendwann nochmal machen. Habt einen schönen Abend jetzt mit der Krogi und Co. Werden euch ein bisschen in die Höllen von Diablo führen. Bis dann. Bis dann. Servus. Bis dann. Bis dann. Bis dann.